Es geht los. Kommen Sie so zurecht mit den Tassen? Ja, kommen Sie zurecht. Oder soll ich das wireless machen? Nein, alles okay. So, meine Damen und Herren, wenn ich jetzt 21, 22 sage, haben sich in jeder Ihrer Zellen etwa 100.000 chemische Reaktionen abgespielt. Das ist fast unvorstellbar. Stellen Sie sich vor, 21, 22, in jeder Ihrer Zellen, Sie haben eine gigantische Zahl von Zellen, und in jeder Zelle spielen sich pro Sekunde 100.000 chemische Reaktionen ab. Gibt es jemand, der das überblickt? Wenn Sie eine Evidenz-based Medizin betreiben wollen, müssten Sie eigentlich in der Lage sein, diese vielen Reaktionen, die in jeder Sekunde bei Ihnen ablaufen, auf einem Zettel zu schreiben, Ihren behandelten Patienten mitzugeben und zu sagen, bitte schön, das ist Evidenz-based Medizin. Sie können sich vorstellen, wie weit wir von einer solchen Medizin entfernt sind, und wie weit wir auch davon entfernt sind, das auch nur zu begreifen, das zu ahnen, was hier abläuft, auch nur eine Vorstellung darüber zu haben, wie das abläuft. Weiß jemand von Ihnen, wie das abläuft? Fragen Sie mal einen Biochemiker. Der wird nach einer Weile Verlegenheit irgendwann mal antworten, Na, das ist ja klar, das sind Enzyme. Das wird alles sein, was er von sich zu geben weiß. Und diese Antwort ist falsch. Erstens kann er das, natürlich gibt es Enzyme. Enzyme sind auch zuständig für solche Reaktionen, aber sie sind nicht diejenigen, die die Reaktionen bestimmen, die sie ausführen. Die uns sagen, was in der nächsten Sekunde geschieht, oder in der nächsten tausend Sekunde, milliardste Sekunde. Wir wissen es einfach nicht. Es ist aber wichtig, das zu wissen. Denn stellen Sie sich mal vor, eine dieser Reaktionen läuft falsch ab, dann ist das Unheil schon programmiert. Letztlich beruhen alle Krankheiten darauf. Dass mindestens eine dieser Reaktionen falsch abläuft. Wenn sie immer richtig ablaufen würden, würden wir nie krank. Und wenn wir krank werden, ist irgendeine Fehlregulation an dieser Geschichte schuld. Das weiß man. Aber wir wissen nicht, wie die richtige Regulation aussieht. Wer reguliert das? Ist es ein absolutes Chaos, wie die Chemiker glauben? Sachen, wenn ich nichts weiß, dann läuft das zufällig ab. Wie bei einem Fliegenschwarm beispielsweise. Nicht die durcheinander wirbeln, ich kann das nicht auflösen. Und vermute, aha, das ist reiner Zufall. Weiß von Ihnen jemand, warum es kein Zufall sein kann? Warum wir von vornherein schon mal ablehnen können, dass der Fliegenschwarm rein zufällig durcheinander wirbelt. Weiß jemand die Antwort, warum das kein Zufall sein kann? Bitte? Richtig. Wenn es zufällig wäre, müssten die Fliegen ständig mit den Köpfen zusammenstoßen. Was sie normalerweise nicht tun. Also muss allein schon hier eine gewisse Steuerung vorhanden sein. Und eine solche Fehlsteuerung in der Zelle kann man sich schon gar nicht leisten. Fragen Sie Ihren Chemiker oder Apotheker. Der wird Ihnen irgendwann die richtige Antwort geben. Und es gibt auch eine richtige Antwort. Wir wissen, dass es eine richtige Antwort gibt. Und diese richtige Antwort muss heißen, wenn eine chemische Reaktion stattfindet, egal welche chemische Reaktion in der Zelle überhaupt abläuft, sie muss vorher angeregt werden. Die Moleküle, die miteinander reagieren, müssen aktiviert werden. Ein guter Biochemiker weiß das übrigens. Das steht in jedem guten Biochemiebuch. Dass eine solche Aktivierung erfolgen muss. Diese Aktivierung oder Anregung der Moleküle kann nur ablaufen über Energie, die zugeführt wird. Eine Energie, die quantenhaft zugeführt werden muss. Jedes Molekül muss vorher angeregt werden in einem bestimmten Spektralbereich. Jedes Molekül hat seine Visitenkarte, in der es angeregt werden muss. Diese Anregung erfolgt meistens im Bereich von einigen Elektronenvolt oder im Wellenlängenbereich von einigen hundert Nanometer. Das heißt, die Wellenlänge, die ich brauche, oder die Anregungsenergie muss ich einem elektromagnetischen Feld mit einer Wellenlänge in der Größenordnung von einigen hundert Nanometern entziehen. Diese Wellenlänge sind für große Moleküle sehr lang. Zum Beispiel für Enzyme, die ja auch angeregt werden müssen, sind diese Wellenlänge im Infrarotbereich. Für die meisten Moleküle, vor allen Dingen für die wichtigsten Moleküle, liegen diese Wellenlängen im sichtbaren Spektalbereich bis zum Bereich des ultravioletten Lichtes. Das heißt, wir müssen, wir wissen, wir wissen mit Sicherheit, dass die Moleküle von Photonen gesteuert werden müssen. Ohne diese Steuerung läuft gar nichts ab. Diese Photonen sind in der Zelle auch nachweisbar. Man kann sie messen. Sie folgen keiner Zufallsverteilung. Diese Photonen sind nicht zufallsverteilt. Wenn sie zufallsverteilt wären, dann könnte man annehmen, das ist reiner Zufall. Aber die sind nicht zufallsverteilt. Sie sind sogar sehr weit weg vom thermischen Gleichgewicht, wie man sagt. Diese Photonen folgen einer bestimmten Verteilung, die wir berechnen können. Wir können sie auch messen. Diese Photonen beobachten wir oder messen wir oder untersuchen wir seit etwa 30 Jahren. Wie viele Photonen braucht man, um 100.000 Moleküle zu steuern? Wenn jetzt jemand sagt, da brauche ich 100.000 Photonen, dann ist das falsch. Es kommt darauf an, wie wirtschaftlich diese Steuerung ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100.000 Blüten, die Sie bestäuben müssen. Brauchen Sie da 100.000 Bienen dazu? Eine einzige Biene reicht aus, wenn sie schnell genug ist. Und so ist es auch in der Zelle. Die Zelle arbeitet wirtschaftlich mit höchster Präzision. Sie verpufft nichts oder lässt nichts verpuffen. Wenn es Zufall wäre, würden wir übrigens, das kann man sehr leicht ausrechnen, als Zellbrei innerhalb einer Zehnelsekunde verklemmen. Wir würden sofort tot umfallen. Die Tatsache, dass diese Reaktionen mit höchster Präzision gesteuert werden, diese Tatsache rettet uns pro Sekunde unser Leben ständig. Es ist sehr wichtig, dass diese Steuerung eben nicht zufällig erfolgt, sondern wie die Photonenanalyse zeigt, wie die Spektalanalyse der Photonen zeigt, das ist keine Zufallsverteilung, das ist keine Boltzmann-Verteilung, wie man sagt, sondern das ist ein Naturgesetz, das dafür sorgt, dass in der Zelle durch die Evolution sich etwas gestaltet hat, das unvorstellbar ist in seiner Präzision. Und diese Gestaltung hängt nicht ab von der Zahl der Photonen, wie ich sagte, ein einziges Photon würde unter Umständen ausreichen. Nicht die Zahl der Photonen ist entscheidend. Entscheidend ist die Anpassungsfähigkeit, die Kohärenz, wie man sagt, die Möglichkeit dieser Photonen auch wirklich diese Aufgabe zu erfüllen, 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde und pro Zelle exakt zu steuern. Das lässt sich technisch überhaupt nicht nachvollziehen, nachmachen. Es gibt kein Gerät, das in diese Steuerung einer Zelle ersetzen kann. Unsere Geräte, die zwar auch Informationen übertragen können mit großer Präzision und sehr gut, zum Beispiel Laser, die können zwar theoretisch eine solche Aufgabe übernehmen, aber nicht mit 100.000 Reaktionen pro Sekunde. In der Zelle ist der Technik immer noch um einen Faktor. Eine Milliarde überlegen. Eine Milliarde. Kann man daran ablesen, die Kohärenzzeit einer gewöhnlichen Glühlampe liegt in der Größenordnung von Nanosekunden. Und die Kohärenzzeit des besten Lasers, den Sie heute kaufen können, wir können uns den schon gar nicht mehr leisten. Die liegt bei einer Zehntel Sekunde. Und die Kohärenzzeit, die die Biologie geschaffen hat, im Laufe der Evolution, ist mindestens bis um eine Milliarde größer. Sie sehen, wir können vor uns selbst den Hut ziehen. Wir dürfen uns bewundern. Wir sind der Technik voraus. Die Technik ist nicht so weit, wie wir sind. Und sie wird auch in vielen Jahren das nicht geschafft haben, was die Evolution vollbracht hat. Evolution ist um viele, viele Größenordnungen voraus. Merken Sie auch daran die hohe Sensitivität, die ein biologisches System haben kann. Fische können noch Taschenlampenbatterien aus Hunderten von Kilometern wahrnehmen. Da kommt kein physikalisches Messgerät nach. Man hat in Amerika versucht, die Sensitivität von Fischen wissenschaftlich zu ergründen. Es ist daran gescheitert, dass die Messinstrumente den Fischen nichts nachmachen konnten. Die Messinstrumente konnten einfach nicht mehr aufweisen, wann ein Fisch noch dieses Gespür aufbringt. Es war nicht nachzumachen, technisch. Und, 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 und. Es gibt viele, viele solche Beispiele, die uns zeigen, dass wir, wenn wir mit unseren plumpen Messinstrumenten an biologische Systeme herangehen, allein technisch um Größenordnungen hinterher hinken. Und das Entscheidende dabei ist die Kohärenz, nicht die Energie. Wir sind energetisch, sind wir nichts wert im Grunde genommen. Energetisch kann uns jeder Landwirt durch irgendeine Pflanze oder auch durch Benzin oder was immer auch ersetzen. Jedes Flugzeug ist besser als wir. Energetisch haben wir nichts aufzuweisen. Aber wo wir stark sind und wo wir stark bleiben werden, Das ist die Information, die allein durch die Kohärenz übertragen werden kann. Allein die Kohärenz sorgt dafür, dass sie Informationen übertragen können, dass sie hunderttausend chemische Reaktionen exakt zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ablaufen lassen können. Das ist ein Informationsproblem, kein Energieproblem. Auch die Nahrung. Wir glauben, wir würden uns durch Nahrung ernähren und Energie zuführen. Die Energie, die wir zuführen müssen oder können oder sollen, ist im Grunde genommen vernachlässigbar. Wir haben immer genügend Energie. Es gibt nur selten Krankheiten, bei denen die Personen an Energiemangel sterben. Nur in Ausnahmefällen, wenn hektische Zustände eintreten. Aber normalerweise ist Energie immer in Hülle und Fülle vorhanden. Was uns fehlt, ist die Information. Information wird gebraucht für die Steuerung des Lebens. Information wird benötigt dafür, dass wir etwas entwickeln, dass wir in der Evolution uns selbst weiterentwickeln, dass aus einer Zelle durch Evolution ein Gebilde wird, das informatisch immer, immer mächtiger wird. Denken Sie beispielsweise an das Bewusstsein. Bewusstsein kann durch keinen Computer und durch nichts nachgemacht werden. Wir sind hier technisch dem Bewusstsein, unserem eigenen Bewusstsein, gigantisch überlegen, glücklicherweise, muss ich sagen. Und obwohl es nur wenige erkennen können. Wer in einem Fliegenschwarm reine Zufälligkeit und Dummheit erkennt, der muss sich die Frage stellen, ob es nicht an ihm ist. Dass hier uns etwas vorgezeigt wird, wo wir durch unsere wissenschaftliche Verklumpung oder Verkrüppelung einfach nicht in der Lage sind, zu erkennen, um was es hier eigentlich geht. Es geht um die Evolution der Information, bis die Informationssysteme. Wir leben von der Information. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann stoßen wir nicht mit den Köpfen zusammen oder wir müssen nicht mit den Köpfen zusammenstoßen, um uns zu unterhalten, sondern wir können die Information auch in anderer Weise weitergeben. Während die Naturwissenschaft immer noch glaubt, diese Moleküle müssen erst einmal mit den Köpfen zusammenstoßen, damit etwas passiert. Diese Kopfstoßphysik ist weit, weit weg von der Realität. Und das einzusehen oder das so weit voranzubringen, dass die Menschen das einsehen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor unserer zukünftigen Entwicklung und unserer Zukunftschancen. Leider, das ist meine Erfahrung, haben wir Abschied genommen, im Grunde genommen in Deutschland von der Entwicklung in den Life Sciences, in den Lebenswissenschaften, weil viele davon leben, weil mehr davon leben, als zum Beispiel daran sterben. Wir haben verlernt, diese Feinheiten zu erkennen und weiterzuentwickeln. Wir haben verlernt, an die Sache hereinzugehen, ohne dass man immer nur daran denkt, Geld damit verdienen zu müssen. Wir haben das alles verlernt. Und wir sind gegenüber den anderen Nationen, ich kenne mich ein bisschen aus in den USA, ich kenne mich sehr gut aus in China oder auch in Japan oder im Osten, in Russland. Diese Völker haben die Zeit nicht verschlafen, im Gegensatz zu uns. Ich kann Ihnen das garantieren, dass es so ist. Und ich sehe auch keine Chance, wie man die Leute wachrütteln könnte. Wir haben keine Möglichkeiten mehr. Wir sind mehr oder weniger zugemauert. Und jeder, der versucht, hier ein bisschen Aktivität oder Leben oder neue Vitalität in die Geschichte zu bringen, wie zum Beispiel bewundere Sie, Herr Müller, mit welcher Geduld die Dinge weiter betreiben. Das ist sehr wichtig. Wir sollten nicht aufgeben, trotz der schweren Situationen, die wir alle mehr oder weniger immer wieder kommen. Nun lassen Sie mir ein paar Bilder zeigen. Ich bin ja schon fast wieder am Ende meines Vortrags. Das ist das, was ich Ihnen sagte. In jedem Biochemiebuch, interessanterweise steht, in jedem guten Biochemiebuch, dass eine chemische Reaktion nur stattfinden kann, wenn sie durch ein Photon angeregt wird. Hier, das ist ein solches Gerät, mit dem man die Photonen messen kann. Zum ersten Mal wurden sie 1973 von einem russischen Physiker, Biophysiker, Biologen nachgewiesen, der nicht ernst genug genommen wurde. Es waren damals Zeiten, die es verboten, solche Resultate anzuerkennen. Dieser Alexander Gurwitsch, wir arbeiten mit seinem Institut auch heute noch zusammen, nämlich der Moskauer Staatsuniversität. Die hat als erste gezeigt, dass es diese Photonen auch tatsächlich gibt, die wir suchen. Diese Photonen steuern den Zellstoffwechsel. Ein solches Gerät wurde bei uns zum ersten Mal etwa vor 30 Jahren von meinem Doktoranden RUT gebaut. und der hat dann diesen Nachweis auch erbracht. Solche Geräte sehen heute so aus. Hier ist eine solche Lichtemission aus einem lebenden Organismen. Das sind diese Photonen, die die Zellen steuern. Hier sehen Sie die Lichtemission von Wasserflöhen. Es ist aber egal, ob ich Wasserflöhe oder Menschen oder sonst irgendetwas nehme. Man hat immer etwa diese Lichtintensität. Sie sehen, das ist kein reguläres Licht wie bei einer Lampe, sondern da steckt eine extrem hohe Information dahinter. Die Information dahinter muss unter anderem 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde auslösen. Ein wichtiges Resultat, eines der wichtigsten Resultate, das ich mir hier aufgehoben habe, ist nicht unbedingt jetzt die Reaktivität der Zelle, sondern eine ganz andere Frage, die von keinem Geringeren als von Erwin Schrödinger gestellt worden ist. Erwin Schrödinger hat den Nobelpreis in Quantentheorie bekommen und er hat schon damals, deswegen ist er auch heute noch so verhasst, die richtigen Fragen gestellt. Er hat gesagt, er sollte auf keinen Fall, ein Biologe sollte sich nicht als Biologe bezeichnen, wenn er nicht in der Lage ist, eine Antwort auf die Frage zu geben, warum bei der Mitose kein Fehler entsteht. Die vielen Moleküle, die er findet, auch der Chemiker, interessiert ihn, den Schrödinger überhaupt nicht. Die schönen Formeln, die interessieren mich nicht. Mich interessiert, warum entsteht aber kein Fehler? Wer das nicht beantworten kann, der soll sich nicht Chemiker oder Biochemiker oder auch nicht Biologe nennen. Denn das ist die wesentliche Frage. Hier haben Sie eine solche methodische Teilung, wo wie in einem Güterwagen, wenn Sie einen Güterwagen voll Erbsen laden, dann stehen Sie vor der Aufgabe hier, jede Erbse richtig zuzuordnen und jede Erbse an den richtigen Platz zu bringen. sobald die von Ihrem Platz ein bisschen abweicht, ist ein Fehler da. Aber ein solcher Fehler tritt nicht auf. Und er hat gefragt, wie kommt sowas zustande? Und ich habe vor 30 Jahren gesagt, das lösen wir. Diese Aufgabe lösen wir. Und wir haben sie auch gelöst. Das spricht sich nur nicht herum. Es gibt auch kaum eine Chance, das zu erklären. Deswegen lassen Sie mich kurz die Antwort auf die Frage geben, weil sie sehr, sehr wichtig ist. Nun, solche Fragen werden bei uns immer so gelöst, dass ich entweder einen Doktoranden oder einen Diplomaten einstelle und sage, du löst jetzt die Frage. Vorher kommst du nicht wieder raus. Und ich habe auch einen sehr klugen Physiker gefunden. Den habe ich gesagt, ich gebe dir eine Vorlage, tu mal so, als ob die Zelle eine Pfeife wäre und tu mal so, als ob die in diese Pfeife hineinbläst. Was passiert, wenn ich in eine Pfeife hineinblase? Da entsteht ein Ton, eine ganz bestimmte Frequenz. Und wenn ich die Pfeife hineingucken könnte, sehe ich Klangfiguren. Ich habe die Aufgabe aber ein bisschen schwieriger gemacht. Ich habe gesagt, das ist akustische Energie. Tu mal so, als ob das elektromagnetische Energie wäre, die du in das biologische System hineinzublasen hast. Und das kannst du ausrechnen. Dann nimmst du nämlich die Maxwell-Gleichungen, gibst die Konfiguration deiner Zelle, die Größe deiner Zelle an, die Form der Zelle, das Material, gibst das in die Maxwell-Gleichungen rein, da kriegst du eine Antwort, da wird nämlich was ganz Bestimmtes herauskommen, nämlich elektromagnetische Figuren, Wellen, stehende Wellen, die du ausrechnen kannst. Das war seine Anwendung der Maxwell-Gleichungen hier. Und so weit hat er dann seine Diplomarbeit auch erledigt. Und dann hat er etwas ganz Interessantes herausgefunden, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Er hat nämlich herausgefunden, dass die Zelle ein Resonator ist, ein Hohlraumresonator für elektromagnetische Wellen, und zwar für Sonnenlicht. Die Zelle ist ein echter, natürlicher Sonnenkontakt. Lektor, wenn Sie so wollen, ein Resonator, der auf das Sonnenlicht resonanzartig reagiert. Und dabei stehende Wellen in der Zelle erzeugt. Und diese stehenden Wellen, die reichen, wie er ausgerechnet hatte, von etwa 120 Nanometer, das ist im ultravioletten Bereich, bis 700 Nanometer und länger, das ist im Infrarotbereich. Hier wird also das elektromagnetische Spektrum praktisch durch das Sonnenlicht oder durch die Aufnahme des Sonnenlichts ausgespielt. Und dabei entsteht unter anderem eine Klangfigur, das sind elektrische Felder, die hier gezeigt werden. Diese Klangfigur, das sind Feldkräfte, das sind elektrische Kräfte in der Zelle. Und wenn Sie diese Klangfigur rechts mal vergleichen mit den methodischen Figuren links, dann sehen Sie sofort, dass die identisch sind. Dass also diese Klangfiguren, diese Felder dafür sorgen, dass sobald ein Molekül in die falsche Richtung läuft, dass von dieser Kraft wieder in die richtige Ruhelage, in die Ruheposition zurückgesetzt wird. Die Antwort auf die Frage Schrödinger lautet also, durch die Feldkräfte, durch diese Felder, durch diese elektromagnetischen Wellen in der Zelle, durch diese Hohlraumresonatorwellen, werden immer permanent Kräfte auf die Moleküle ausgeübt, die dafür sorgen, dass diese Moleküle in diesen Mustern bleiben, dass kein Fehler entsteht. Das heißt, nicht nur die 100.000 chemischen Reaktionen werden durch Biophotonen angeregt, sondern auch die Biophotonen selbst entstammen solchen Feldern, das sind keine einzelnen Photonen, sondern das sind Feldkräfte im bestimmten Spektralbereich, nämlich im sichtbaren Spektralbereich. Und natürlich muss man dann, das ist jetzt ein experimenteller Beweis, dafür sorgen, dass diese Photonen, die man misst, auch in der Korrelation zu den vielen Aufgaben, die sie zu erledigen haben, auch gezeigt werden. Eine der Aufgaben bestätigen beispielsweise darin, auch das Zellwachstum zum richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle zu triggern, dafür zu sorgen, dass die eine Zelle der anderen sagt, hör jetzt auf zu wachsen und die andere Zelle möglicherweise dazu veranlasst, wird jetzt zu wachsen. Diese Wachstumsimpulse oder die Impulse, die die Zellen dazu zwingen, eben nicht mehr zu wachsen, auch die kommen von diesen elektrischen Feldkräften. Die ganze Steuerung, nicht nur die molekulare Anordnung, sondern auch die Steuerung der Zelle, alles, was die Zelle macht, wird von solchen elektromagnetischen Feldkräften gesteuert. Und diese Kräfte sind es, die das Leben sozusagen bestimmen, die dafür sorgen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt in jeder Zelle an der richtigen Stelle die richtige Funktion ausüben. und wer das nicht erkennt, wer nicht sieht, dass die Biologie auf diese Weise nicht eine Biologie der Materie wird, sondern sie wird eine Biologie der Steuerung, der Feldkräfte, der Information. Sie wird eine Biologie, die nur verstanden werden kann über die komplexen Steuerungen, Informationen, die in der Zelle weitergegeben werden. Wer das nicht erkannt hat, hat noch nicht mal die Hälfte dessen verstanden, was er untersuchen möchte, nämlich Leben. Leben kann nur verstanden werden über solche diffizilen Ereignisse, die permanent ablaufen, die uns glücklicherweise in die Lage versetzen, das Leben wieder bewundern zu können. Danke Ihnen. Applaus Vielen Dank. Applaus